Naa... Ey, 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 ey... Nicht zuschauen! Nicht zuschauen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu... Let's play... Nächstes Spiel. Amnesia the Dark Descent. Wir sollten diese... Sturmkreis... Sturm... ...Klardingens... ...Stäbe... ...suchen finden. Das machen wir, denke ich, jetzt mal hier unten im Lagerraum. Da gab's ja... Ja genau, hier war's ja noch... Da wir sie im Stuttizimmer nicht gefunden haben, obwohl das dort so auf dem Zettel stand, na, egal. Jetzt suchen wir das hier. Sir William Smith war markiert worden, das kennen wir. Das tun wir, genau. Deswegen soll es mal ein bisschen schneller laden. Na, komm. Danke. Okay, hinunter im dunklen, dunklen Keller. Von mir aus. Genau, so ein Vieh ist und so. Naja. Er hat irgendwas aufgekratzt. Na, was denn? Notizen. Oder so. Mementos, genau. Die Dunkelheit im Lagerraum ist merkwürdig und unnatürlich. Ich finde raus, wie man den Motor schlagen, bla bla bla. Nein, das kann ich nicht. So. Erstmal hier. Äh, so. Jetzt haue ich die ganze Zeit hier die, 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 die Steuerung. Ist das Blut? Sag mal, ist das Blut? Ist das Blut? Sag mal, sag mal, ist das Blut? Du kannst mir nicht verzerren, hör mal. Ist doch kein Blut. Blut ist doch... Dann wäre es ziemlich alt, aber egal. Hallo Tür. Wie geht's doch? Oh, ich geh da. Ähm, ähm, ähm. Was haben wir hier so Schönes? Wir haben hier... Erstmal... Ich habe noch genug Öl. Gut. Haben wir hier hinten irgendwas für mich? Nein. Natürlich nicht. Hm. Ich will... Kann ich gar nicht anmachen. Doch, kann ich anmachen. Kann ich gar nicht anmachen. Pff, der verarscht mich. Okay. Nein. Nein. Ist hier überhaupt irgendetwas, was ich brauche? Vielleicht? Hier auf jeden Fall nicht. Aber hier. Ist das ein... Ein Horn von einem Einhorn? Eines Horn. Da ist irgendwas. 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 Laudanum. Da habe ich doch auch Schmerzen. Laudanum. Damals im 19... 19. Jahrhundert. Die... Medizin, die jeder hatte. Wie gesagt, war das denn eine richtige Droge. Da hat sich jeder genommen. Bei jedem Gebrechen. Selbst die kleinen Kinder. Hallo? Mein Junge dreht direkt durch, also. Hier ist doch gar nichts. Der verarscht mich. Nein. Willkommen. Da geht's runter und hier geht's lang. Huch. Aha. So hell. Willst du zwischen... Lässt dich nicht bewegen? Nein. 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 Hm. Nichts hier. Maschinenteile. Okay. Das ist auf jeden Fall Blut. Wer wurde denn da zerquetscht? Welch schrecklich. Pass auf mal. Ja, du darfst doch gehen. Okay. Dann gehen wir zurück. Und hier runter. Endlich mal. Beklemmend, beklemmend. Freunde, was ist denn hier? Hä? Hä? Monster, irgendein Monster, was ich verkloppen kann. Ich will irgendwas so richtig mal, ne? Also. So richtig. Alexander, ich habe den Springstoff vorbereitet, den du für den Ablasskanal brauchst. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, mit der Mischung vorsichtig umzugehen. Bitte versuch das auch deinen leichtsinnigen Lakaien beizubringen, bevor du deine Pläne in die Tat umsetzt. Die Flüssigkeit selbst sind nicht explosiv und sollten voneinander getrennt werden. Äh, oder getrennt aufbewahrt werden. Wie auch immer. Um weitere Unglücke zu vermeiden. Im Raum dem an habe ich zwei große Fässer dafür vorbereitet. Alles was du tun musst, ist die Flüssigkeit zu mischen. Oder die Flüssigkeit in Agrippa. Okliodokli. Dann wissen wir es ja. Obwohl derzeit gar nicht an uns geschrieben war. Die haben gesagt, Weitere Unglücke. Das heißt, du musst ja mindestens ein Unglück dann tun. Ne? Also irgendwas muss ja eigentlich so... Also wenn man so... Also jetzt, ne? Wenn man jetzt so nachdenkt. Eigentlich. Nein, das habe ich nicht. Das hier. Das hier. Ok. Mein Öl wird knapp. Aber wie auch immer. Oh. Ich habe tausend Zunabüchsen. Wie viele habe ich? 25. Ich sollte mal vielleicht mehr Zunabüchsen verwenden. Wäre, glaube ich, vom Vorteil. So. Ah, da ist ne Truhe. Truhe, was hast du in dir? Dö, 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 dö. Dö, dö, dö! Okay, tap, 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 tap. Ah, irgendwas hier. Nein. oder die da? Oh. Fällt doch nicht. Ich mache immer lieber vorsichtshalber die Tür zu, falls dann doch irgendwas mal auf einmal angesprungen kommen sollte, tun. Teil eines Bohrers, ja. Ich nehme mal an, dass man das dann irgendwie kombinieren muss. Man weiß ja nicht, vielleicht. Was haben wir denn hier? Wir haben den und den. Du kannst die Bohrer noch nicht zusammenbauen, du musst erst alle Teile finden. Na klar. Wie viele Teile gibt es noch? Was habe ich denn eigentlich? Ich habe hier das und... Achso, okay. Na dann. Dann weiß ich ja, wonach ich ausschalten muss. Sekundär. Okay. Okay. Was haben wir dann? Hier hinten ist dann eine Primär. Was haben wir hier? Wir haben hier... War ich hier? Nein, ich war hier noch nicht drunter. Ja, hier ist noch ein Bohrerteil. Wie ich das dann machen? Ich weiß nicht. Dann haben wir hier eine Sonderwechse und hier eine tolle weitere. Komm, 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 komm. Stammt. Eine Schaufel. Hier ist da mit. Nein, ich glaube, das wäre eine schlechte Idee. Aber, aber. Also, und. Aufgenommen, Teil eines Bohrers. Kein Monster oder so. Welch Wunder. Okay, jetzt können wir das zusammenfügen. Wui. Oh, da hat er direkt alle drei zusammengefügt. Okay. Wie dem auch sei. Wohra. Ich nehme mich jetzt mal an. Ich bin slow. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020